Oh Mach doch mal schneller Lade Es lädt, es lädt, es lädt Ich hab keine Zeit Ich muss mir noch schnell Moin Moin Leute Ja, ich bin ein wenig Im Side Druck Ja, ja, ich bin ein wenig im Side Druck Oh, Handy, mach doch Geh doch mal weg kurz hier Weil mich hat ein alter Kumpel von einer damaligen Schule Angeschrieben, das ist schon 3-4 Jahre her Ja, 3 Jahre ungefähr Fast 4 Und Mit dem will ich mich Heute treffen Aber ich hab ja versprochen Ich fange wieder an Mit Hexe Ja Im vorigen Part ist was sehr Schlimmes passiert Die Lacks, ja Die hab ich auch vermisst Ne, aber wir sind gestorben Und wir haben alle Sachen verloren Und, ähm Unser Plan ist es Geht die Sonne auf oder unter Ey, warum leckt denn das so Hallo Ich weiß nicht, warum das so leckt So, wir gehen jetzt Geht die Sonne Die Sonne geht unter Dann gehen wir kurz schlafen Und dann gehen wir Dorthin Zurück Ey, warum leckt denn das jetzt so Was ist denn das für eine Scheiße Ich seh kurz weiter Ich hab nämlich nicht viel Zeit Mein Kumpel wohnt nämlich Eine Stunde von hier entfernt Der ist umgezogen Natürlich Muss ja sein, ne Warum nicht Man hat sich so lange nicht Jetzt hat er sich mal wieder gemeldet Und Naja Mal sehen Ich hab schon überlegt Heute nicht aufzunehmen Aber ich hör euch ja auch nicht Langweilen Weil mein Kanal soll ja nicht aussterben Und wir gehen jetzt einfach Nebenbei esse ich noch Weil ich muss nachher Wäschen Video muss ja auch noch gerendert werden Und so Deswegen muss ich mich beeilen Wir haben es jetzt 6 Uhr 57 Man, 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 man Sorry Leute Aber Es ist Wer mich kennt Ich bin immer unter Zeitdruck Und Ja Das ist total normal bei mir Ich hab Den Schmerz Hab ich schon lange verdaut Vor dem letzten Part Weil Das sind jetzt 2 Wochen her Ja Nö Ist mir auch so scheißegal Ich weiß nicht Was ich da gemacht hab Ich hab mir das Video Millionenmal angeguckt Das Er hat schon wieder geschrieben Ja, jetzt nehm ich grad auf Kollege Ähm Die 15 Minuten musste Äh, Iduld haben jetzt Ja, ich Ich weiß nicht Wir gehen ja jetzt nochmal hin Wir gucken da jetzt So nochmal, was da ist Da war ja nochmal so ein zweiter Äh, zweites UFO Mann, nein Unmögliche Scheiße Ja So ist mein Leben Jetzt seht ihr mal meine Hektik Und wirklich Bei mir ist immer Hektik Ich hab keinen Ton mal wieder Ist das normal? Ich hoffe, ihr habt Ton Weil Warte mal Jetzt hab ich Ton, oder? Warte Ja, jetzt hab ich Ton Lol Boah Man hat mal hier hochkommen, wa? Ist immer, wenn man Nutella frisst Jan sitzt fressevoll, ey Aber Muss sagen Schmeckt gut Ah, hier war mehr Hier haben wir Den vorletzten Part beendet Jetzt so müssen wir Nicht das Ding Das Ding ist für mich Obwohl, da ging es ja noch höher Aber ich hab da keinen Bock drauf Da war vielleicht Ist da irgendein Bug drin, oder so Ach du Scheiße Sind da viele Zombies Wir gehen jetzt zum Zweiten Habt ihr eigentlich keinen Bock? Muss ich da nicht hoch Nee, zu hoch Da kommst du nicht Schade Haben wir denn auch Feuergranaten Und Bumerang Oh nein Das können wir da nicht machen Oh, jetzt kommen wir da nicht hoch Warum sind da keine Leitern, ey Warte mal Ich muss mir kurz Erde abbauen Jetzt räum ich nachher weg hier jetzt Wird hier zockend erstmal Ah, ich hab nicht viel Zeit Ich bin im Zeitstress Ich war auch gestern sehr lange unterwegs Ja Nur Musste natürlich im Berufsverkehr Wieder mal los Nach Hause fahren Hab natürlich wieder so Scheiße gehabt Bin da Hab natürlich nur gestanden Wieder mal Ist ja nichts Neues mehr Weil die Autobahn mal Wieder ein Unfall war Geil, ey, geil Wirklich Jeder Tag ist da Ein Unfall Oder zwei Unfälle Sind die Autos natürlich wieder Alle über die Stadt gefahren Über die Umgehungsstraße Und Weiß nicht Haben uns blockiert Sonst komm ich da immer Easy, schmiesi Schmiesi War das das denn für ein Wort Easy, schmiesi Naja, keine Ahnung Komm ich da ebenfalls Immer besser vor Oh, ist das hoch Ja, ich werd für euch Wieder eine schöne Playlist Einpacken Weil das ist Wenn ich zocke Ist das immer so ruhig Bloß ich will im Hintergrund Auch nicht Musik laufen lassen Weil ich will ja schon Für euch die passende Musik Reintun Weil sonst ist das Projekt Ja auch Ein bisschen lahm Sag mal, ne So, und wehe Mir passt jetzt wieder Irgendeine Wichse, Alter Denn Wirklich Denn hab ich keinen Bock mehr zu zocken Oh Ein getunter Creeper Na, sowas ist ja Sowas ist ja wirklich Mal mega nice Okay Was soll man denn da machen Der Creeper, ne Hey Ich komm nicht hoch Hä, was Was zur Hölle Warte mal Gib mir mal die Blöcke Ja, jetzt haben sie natürlich Alles kaputt gemacht Also klar Toll Wie komm ich jetzt Hallöchen Ich hab keinen Bock Hier runter Gekickt zu werden Nein Hey Mann, komm man Geh jetzt da hoch Scheiße, denn in der Buchse Ach du Scheiße Kommt man da nicht hoch Wie machen wir denn das jetzt? Warte, ich hab ne bessere Idee Ich baue mich jetzt so Ja, genau Weil das ist mir echt zu heiß Oh nein, hier sind wir ja noch heißer Oh mein Handy vibriert die ganze Zeit Ey jetzt Ey die Creeper Haut doch mal ab Du scheiß Wichser Ich hab keinen Bock wieder irgendwo falsch ruf zu klicken Ich weiß nicht Ich hab das Inventar ja geöffnet gehabt Wieso wird Ich werde das nie wieder öffnen jetzt Das Inventar Bis ich hier weg bin Das schwöre ich Ähm Essen Ne, ich mach das Inventar jetzt nicht mehr auf Das ist mir egal Ich lasse das jetzt so Wie das ist Ich kill jetzt einfach die ganzen Missgeburten hier Und dann Wenn wir durch sind Gucken wir uns die Sachen einfach an Aber war das nicht Wo ich an der Ne, an der Truhe war ich da nicht Das wäre ja der Hammer gewesen Nicht mehr die Truhen zu öffnen Mann Aber guck mal Wir haben jetzt die Elektroessenzen Das ist natürlich Geil Geil Lelelelelele Ich weiß nicht ob der Part Ich würde den ungern eine Überlänge Dann würde ich sagen Machen wir morgen weiter Ah geil Alter Scheißfixküter Hier kommen ja die von oben alle runter Aber so haben wir oben weniger zu tun Würde ich mal behaupten Hier liegt ne Menge Eisen Na gut Die schulden mir ja Sachen Die Wichser hier Die schulden mir ja Sachen Das macht man viel Ja okay Setz dich hin Okay Keine Ahnung Eine komische Hose Essen Ja Nehmen wir gerne mit Bloß ich darf nicht zu viel Sinnloses Zeug Da muss ich nachher was wegschmeißen Weil Unser Platz Wir haben leider noch keinen Rucksack Was ich endlich mal haben würde Gerne einen Rucksack Ne Ein Rucksack ist nämlich voll geil Und Herstelstellen Gut die kleinen gehen Du brauchst nur Leder Aber wie Ich darf keine Kühe killen Ne Unsere Challenge Die hab ich noch nicht vergessen Also Da ist noch Mensch komm nochmal her Jetzt hier die kleine Läume Ey die Skelette Die hab ich auch vermisst Oh Mann Nervt doch nicht Komm nochmal jetzt So Okay Die Giftkartoffel Könnt ihr euch sparen Kohle Nimmig mit Ne Redstone Brauch ich eigentlich gar nicht Wozu Das hab ich immer mitgemacht Meine Fresse Ach jetzt sind wir hier Wo das passiert ist Ey jetzt bin ich aber wirklich vorsichtig Ach nee Der kann heilen Den muss ich zuerst killen Ja guck Der heilt nämlich Diesen Spasten Mann Ey die Skinnet Die geben so auf ein Ei Alter Wirklich Ich hab auch keinen Bogen mehr Den hab ich ja verloren Oh guck mal die Die battlen Pah Alter Scheiße Jetzt könnt ihr nicht mehr Battle Hä Er hat sich doch Ist der dumm Nicht schon wieder an der Lava Nicht schon wieder an der Lava Explodieren bitte Da hatten wir letztens So einen Scheiß Mit dem Scheiß Wasser Ja hier kann es explodieren Hier ist mir ja Ähm Ich sollte mal auf mein Fresschen achten Wir hauen uns jetzt einfach mal Voll mit Schnitzel Der kommt wieder mit seinen Riesen-Dildo an hier Ha Der kommt wieder mit seinen Dildo an Warte mal Erstmal müssen wir den Ihn machen Nein der kann heilen Der hier Nein du Wichser Der kann heilen Den kill ich Ja Mann Kuiper Hau doch mal ab Ey du bist so unnötig Hier Du machst doch nur die Base kaputt Versteh ich nicht warum die hier 3 einstellen als Äh VIP wisse so alt Oder so als Security Security Alter Das ist Warum stellt man ein Creeper als Security ein Ne Versteh ich nicht Bittes Mann Guck hat er Ja dann hören sie auf Weißt du dich so Gab's ja eigentlich Kisten Ohne Ich glaube nicht Viele sind denn hier noch Muss auch ein bisschen Auf der Zeit gucken Mann ey Jetzt haut doch mal ab Ihr dummen Zombies Da kommen ja immer mehr Ja explodier da Komm Komm explodier mal hier Ernsthaft Ist das euer Ernst Mann Mann Ihr kommt doch da nicht ran Mit euer scheiß Wichsbogen Ihr scheiß Missgeburten Ja komm Bettelt euch Alter Ihr hässlichen Fögel Die ganzen Diatypen hier Aber die machen mir halt Wenig Schaden Dieses Skelett Alter Da krieg ich so Eine Aggression Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich hätte da eine Feuergranate Rinnen ballern sollen Was Schenk ich euch Dreck Skelett Alter Verbrennender Hölle Alter Okay die Creeper Lassen wir mal da hinten Creeper sein So jetzt möchte ich bitte mal meine Ruhe haben Ich hab keinen Platz mehr Ich hab keinen Platz mehr Och man Was ist denn hier so drin Ja Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt Aber hier die Rüstung Hätte ich gerne mit Gut Goldrüstung jetzt nicht unbedingt Du Ach den kennen wir doch irgendwoher Den müssen wir einfach nur in der Ecke drängen Dann hat er keine Chance Du hast letztens mit dem Wasser Ne Leute Könnt ihr euch noch erinnern Was ist denn das hier Äh Haben wir das Cursed Bone Junge Ich will hier nicht runterfallen Du kannst aber runterfallen Was ist denn hier oben eigentlich Das war doch das Was wir so gesehen haben Ja aber was ist denn hier Hier ist ja nichts Lasst mich mal in Ruhe Ich hab keinen Bock Gegen euch zu kämpfen Oh Hammer Und Warte 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 Nee Eine Schallplatte Nimm ich jetzt nicht mit Den Goldblock nehmen wir mit Also eigentlich war's das schon Irgendwie lame oder Was war ja von da denn weg Das Zeug Die Diamanten Nimm ich auf jeden Fall mit Kohle auch Das Zeug würde ich auch gerne mitnehmen Schmeißen wir ihn dafür Oh man Schmeißen wir ihn dafür Warte mal Wir machen das so Genau Nehmen wir das Ding Ja den Rest Den Rest brauchen wir eigentlich nicht Ich weiß nicht Das würde ich gerne noch mitnehmen Aber was schmeißen wir dafür weg Was schmeißen wir ihn dafür weg Ach den Müll hier So und jetzt möchte ich hier Irgendwie wieder Äh Runter am besten Ähm Am besten Rennen einfach nur Okay irgendwie Muss ich sagen Ist es nicht gerade besonders gewesen Gut gab es zwar ein paar Sachen Aber Das andere Ding hätte man sich Wollen wir uns das im nächsten Part Noch mal angucken Das andere Ding Ich glaube da gehen wir noch mal hoch Aber jetzt müssen wir erst mal runter Warum leckt denn das schon wieder Dieser verfickte Schuss Das leckt schon wieder so Nein nicht da runter Oh 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 Mann das leckt Warum leckt denn das Ich meine Wichskelette Stirb doch Ich muss hier runter Oh Runter 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 Nein der bringt mich um Warte mal Ja 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 Den Trick kenn ich Irgendwo her Aber du darfst nicht übertreiben Okay ich würde sagen Hier beenden wir den Part Also Leute Wir sehen uns morgen wieder Denn Werden wir gucken was da ist Und dann gehen wir zurück Ich meine gut von den Sachen her Ey und ich schwöre Wenn ich da oben wieder meine Sachen verliere Ich beende das Projekt Ohne Scheiß Ich beende das Projekt Okay Leute Wir sehen uns morgen wieder Bis dann Und ciao